In diesem Video geht es um Ostern. Ostern geht es um den Erwachsenen Jesus Christus. Ich zeige dir, was die einzelnen Tage bedeuten und am Ende dieser Übersicht, da gibt es noch ein Quiz für dich. Ostern geht es ganz nebenbei natürlich auch um Ostereier und Osterhasen. Aber das beschäftigt uns jetzt nicht so. Die Woche vor dem Ostersonntag, die nennt man die Karwoche und die beginnt mit dem Palmsonntag. Der ist wichtig, weil Jesus an diesem Palmsonntag nach Jerusalem gereist ist und wollte dort feiern und Freunde besuchen. Am grünen Donnerstag, also ein paar Tage später, trifft er sich mit seinen Aposteln. Seine Jünger werden Apostel genannt. Es sind seine engsten Unterstützer. Und sie treffen sich abends zum ganz berühmten Abendmahl. Dort passiert etwas. Einer der Apostel, nämlich Judas, macht etwas wirklich Schlimmes. Für 30 Silberlinge verrät er Jesus an die Römer. Und die Römer, die wollen Jesus nicht haben. Schon einen Tag später werden die Römer Jesus fangen, kreuzigen und auch gleich beerdigen. An diesem Tag gedenken die Christen dem Tod von Jesus Christus am Karfreitag. Sie trauern. Zwei Tage später pilgern sie alle zum Grab von Jesus Christus und stellen fest, am Ostersonntag, das Grab von Jesus ist leer. Niemand liegt drin. Wo ist Jesus? Und dann freuen sich alle. Denn das bedeutet, wie die Engel verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Und diese Auferstehung heißt, er ist unsterblich. An Ostern feiern die Christen also die Auferstehung von Jesus Christus. Der Ostersonntag ist übrigens immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang. Und Ostern, das ist das älteste Fest der Christen. Diese Übersicht siehst du jetzt noch einmal. Aber ich habe hier sieben Fehler eingebaut. Schau nochmal ganz genau hin, ob du die sieben Fehler findest. Drücke auf Pause und nimm dir ein bisschen Zeit. So lernst du wirklich viel besser, was an Ostern eigentlich passiert ist. Und nach einer kurzen Pause zeige ich dir natürlich auch, wo die Fehler versteckt sind. Hast du sie gefunden? Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Viel Spaß beim Lernen! Das war's für sie. Das war's für sie. Das war's für sie. Untertitelung des ZDF, 2020